Hallo und herzlich willkommen zurück zu Humankind Lucy Open Death und willkommen zur letzten Folge hier bei Humankind bei diesem siebenteiligen angespielt. Wir sind tatsächlich in einer sehr ernsten Lage. Wir haben Krieg um einen Außenposten, um den hier oben. Man streitet sich um dieses Gebiet hier, um Vini Xuanzang. Das ist ein Dry Grass und man kann da nicht drauf. Ihr seht es, Movementkosten sind unendlich. Aber es möchten gerne viele haben, denn das bringt Geld, Stabilität und Einfluss. Genau deswegen möchten wir das natürlich auch nicht mehr hergeben. Ganz klar. In einer Runde ist hier unser Außenposten fertig und dann werden wir das etwas befestigen, das Ganze. Und ich glaube nicht, dass wir das wieder hergeben. Das finden die anderen allerdings total uncool und haben uns den Krieg erklärt. Ja, was sollen wir da machen? Angreifen ist die beste Verteidigung. Und wenn wir uns mal die Sachen hier angucken, das können wir mal machen bei ihm hier. Das ist die War Resolution. Surrender Terms, add or remove Terms from the list below. You must add Terms until the winner war is. Ich weiß gar nicht, wir können give Han Yong Outpost. Okay, würde er sogar machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das hier aussieht. Ich würde gerne bekommen von ihm Feng Chao, wenn das geht. Ich vermute, er ist in einer zu schwachen Position dafür. Deswegen würde ich gerne... Ah, das geht noch nicht. Schade, schade, schade. Wir können diesen Außenposten hier bekommen. Wir können Sachen bekommen, bis wir 166 erreicht haben. Wir könnten ihm auch sagen, das würde er wahrscheinlich nicht machen, dass er ein Vassal vom Empire Null werden soll. Und dann bekommen wir noch 160 Reparationszahlungen. Ich würde sagen, das machen wir mal, oder? Become Empires a Vassal. Ja, ich würde sagen, damit hat er verloren. Sehr schön, das bringt uns auch noch 50 Fate Points ein. Wunderbar. Jetzt bin ich, genau, Vessel of Empire Null. Das sind wir. Und das ist jetzt unser Vassal. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben unseren ersten Vassal. Ist das cool? Und wir sehen alles, was er sieht. Das ist unheimlich cool, muss ich sagen. Wir sind jetzt noch in einem zweiten Krieg gefangen. Ich hoffe, das kriegen wir auch noch. Aber er war einfach natürlich unterlegen. Er ist, oder er hatte den Ära-Übergang, glaube ich, noch nicht geschafft. Wir haben seine Armee da oben mit Scouts besiegt. Also, es war für ihn im Prinzip unmöglich, das Ganze noch zu schaffen. Und wir hatten ja auch schon mal gesehen, dass wir bei SoCity hier extrem stark sind. Wir hatten ja die Bombe hier gezündet. Das hat sich mittlerweile erübrigt. Aber der ganze Bereich ist ja eigentlich von unserem Einfluss ganz groß. Hier oben wird sich das, ich denke, in Zukunft auch erledigen. Es war für ihn die beste Entscheidung. So, was können wir jetzt eigentlich hier machen? Wir können in seine Städte reingucken. Wir können seine Einheiten sehen. Ja, das ist Supplied. Klar, die sind im befreundeten Territorium. Aber ansonsten können wir im Moment noch nichts machen. Wir können aber schauen, was wir hier machen können. Das ist jetzt, der ist im Prinzip in einer Liga mit uns. Und er hat keine eigenen Sachen mehr zu entscheiden. Trade, wir könnten jetzt Kaffee von ihm mit Sicherheit bekommen. Und nein, wir bekommen ja schon seinen Kaffee. Er hat ja im Prinzip nichts eigenes mehr. Wir haben hier alle Sachen. Wir haben auch, er hat auch keine Kontrolle mehr über sich. Okay. Was ich jetzt mal interessant finde, wir können mal hier rüber gehen. Wir bekommen jetzt 40 Geld von ihm, von unserem Vasall. Wir bekommen sein Obsidian. Wir bekommen Safran und Kaffee. Kupfer, Eisen hat er selbst noch nicht. Das sollte er mal schleunigst anschließen. Ansonsten, Eisen hätte er hier. Ich weiß nicht, ob wir ihm Aufträge erteilen können. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Aber ich denke, das lief doch schon mal ganz gut. Dann gehen wir mal zum nächsten. Und Propose Peace. White Peace. White Peace. Ich denke, das können wir mal machen. Ich hoffe, dadurch, dass wir ihm jetzt gesagt haben, pass auf, wir haben gerade einen neuen Vasallen. Propose White Peace. Na bitte. Sehr schön. Das bringt uns. Das ist doch super. Das heißt, wir haben einen weißen Frieden geschlossen. Na. Herrlich. Übrigens, dieses Spiel läuft erstaunlich stabil. Ganz ehrlich. Es ist noch nicht einmal abgestürzt. A major requires your attention. Was will er jetzt schon wieder? Ich sehe jetzt hier nichts. Ich würde sagen, wir bauen die Sachen noch zu Ende. Dass wir hier tatsächlich ein bisschen in Verteidigung investieren. Aber ansonsten brauchen wir hier eigentlich nichts. Hier, das Gebiet ist auch unbesetzt. Gab es hier einen Krieg oder so? Ich verstehe gar nicht, warum er das nicht besetzt hier. Okay. Also so schlecht wie die KI. Ah, okay. Also so gut ist die KI dann doch nicht. Warum er auch immer so langsam ist. Auch er hier. Ich meine, er hat sogar schon Eisen. Ne, Kupfer entschuldigt. Hat er schon Eisen? Ne, aber nicht angeschlossen. Soweit ist er also auch noch nicht. Okay. Ist das ein großartiger Sieg für die letzte Folge. Ein Vasallen und ein Friedensschluss. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er hier zu uns steht. Ähm, plus 10 from two griefs triggered. Sehr cool. Sehr schön. Also er mag das. Wie steht er zu uns? Okay. Er hat keine Meinung zu haben. Wir haben ihn unterjocht. Alles klar. Nächste Runde. Okay. Culture is chosen. Alles klar. So. Hier bauen wir jetzt unseren Außenposten. Das passt. Und. Extrude this army from the list of idle armies until enemy army enters one of the tile. Das würde ich sagen, machen wir mal. Wir brauchen erstmal nicht weiter erkunden. Hier machen wir das gleiche. Und mit ihm würde ich gerne tatsächlich in. Ja, brauchen wir Auto explore noch? Wir haben alles explored. Ne, macht keinen Sinn. Komm, wir lassen ihn da auch stehen. Auch hier machen wir das. Du auch. Dann brauchen wir das nicht echt jede Runde anklicken. Wie sieht es hier aus? Archer können wir jetzt kaufen. Wir haben genug Geld. Und dann sollte man mal schauen. 35. Wie sieht es mit dem Wachstum aus? 43 Prozent. Gut. Wir müssen hier in Industrie investieren. Beziehungsweise wir könnten auch in Wissenschaft investieren. Das ist mir hier. Seht ihr das? Hier könnten wir eine Industrie bekommen. Und uns dann hier weiter ausbreiten. Ich glaube immer noch, dass es gut ist, wenn wir in die Richtung gehen. Wir könnten aber eine Farm bauen. Acht. Ja. Aber das haben wir schon genug. Aber wir sind hier erst bei eins von neun. Wir bauen hier noch eine Farm hin. Okay. Das sind Distrikte. Was haben wir denn hier unten? Fishing und so. Das hatten wir schon. Das macht keinen großen Sinn. Ja, wir brauchen Industrie. Neun bis 18 Runden. Ne, wir machen das so. Wir bauen hier zuerst eine Farm hin. Und danach gucken wir, dass wir in die Richtung vielleicht noch ein Industriebezirk bauen. Hier unten hin, dass wir von den Bergen die Industrie bekommen. Da ein Industriebezirk rein. Ich denke, dann kann die Stadt noch vernünftig wachsen. Wie sieht es aus? Können wir das kaufen? Ja, können wir. Perfekt. Dann kaufen wir den. Und dann da ein Industriebezirk. Plus 14. Minus 4 Nahrung. Das ist hier zu verschmerzen, denke ich. Und wenn wir das Geld dafür haben, dann können wir das auch kaufen. Das dauert jetzt 10 Runden. Und dann verdoppeln wir das Industrieeinkommen hier. Sehr gut. Sehr tolles Plätzchen. Okay. Wie sieht es hier aus? Hier sind wir bei 29. Food ist 31. Wir können mal gucken, ob wir vielleicht noch eine schöne Position für den Food finden. Beziehungsweise wir können natürlich auch in Wissenschaft investieren. Das könnten wir hier oben machen. Da gäbe es 8 Wissenschaft. Ja. Das sollten wir machen. Da bauen wir was hin. 8 Wissenschaft ist schon eine Menge. Zwei Runden. Und dann kommt die. In 7 Runden ist es fertig. Und dann kommt das dran. Perfekt. Okay. Haben wir noch mehr Städte? Er ist bald fertig. Er ist auch im Bau. Er baut auch einen Hafen. Du bist in einer Runde mit einer Stadt fertig. Sehr gut. Und hier sind in zwei Runden die Außenposten fertig. So. Dann haben wir hier oben noch. Unsere City, die in einer Runde fertig ist. Sehr schön. Einmal ein Blick in die Religion. So. Hier gibt es jetzt ein. Irgendein Einfluss von hier. Schaut mal. Es gibt hier hinten irgendeine Religion, die mit einem Einfluss hier in diese Stadt kommt. Okay. Mit 40 Leuten können wir hier unsere erste Richtung wählen. Das können wir noch nicht, aber das sieht auch schon mal ziemlich gut aus, muss ich sagen. Das hier unten hat eine Menge gebracht. Wo war es? Er hier. Der Einfluss liegt hier jetzt bei 54%. Sehr, sehr, sehr gut. Wir müssen hier weiter ausbauen, damit wir in dem Bereich mehr Druck erzeugen. Ansonsten der Rest 54%. Hier könnten wir auch noch was bauen. Na gut. Und hier sind wir jetzt langsam dabei. Okay. Sehr cool. Die Leute zu übernehmen. Perfekt. So. Was möchte er? Alter. Also. Also. Irgendwann ist ja mal. Oh Mann ey. Ein Punkt fehlt noch. Alles klar. Okay. Wir werden diesen Außenposten nicht abgeben. Himmel, Herrgott. Das ist ja wohl nicht so schwer zu verstehen. Was ist er jetzt? Patrians AI. Peaceful. Trading. Okay. Ach, das sind okay. Das sind Barbaren. Das ist ja interessant. Die haben hier so eine Art kleinen Außenposten gegründet. Spannend. Ihr seht es hier. Die haben dieses Gebiet jetzt hier scheinbar eingenommen. Okay. Das ist ja interessant. Gut. Können wir das auch nicht ändern, wenn ich ehrlich bin. Das ist mir dann doch zu weit weg. Population Gain hier. Und ja. Die Armee wird gleich verloren sein. Das müssen wir echt verhindern. Können mal gucken, ob wir irgendwo. Ah, hier ist auch Deep Sea. Wir kommen bis hier hin erst mal. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir weitermachen. Okay. Nächste Runde. Rhetoric Research ist unlocked. Sehr schön. Empire 2 AI Culture Choosen. Und ein ERA Star haben wir bekommen. Und Population Gain. Und noch ein ERA Star. Wir gucken uns gleich mal an, wofür. Aber wir können wieder eine Kulturbombe zünden. Ha, ich. Also das ist eine Sache, die finde ich total cool. Zack. Und die werden wir direkt hier vorne machen. Ah, das ist echt. Also das ist wirklich toll. Independent People. This army belongs to an independent people. Independent peoples are tribes. Tribes. Peoples or societies who live outside large empires. Several armies can belong to the same independent people. Peaceful armies will not attack you first. Violent armies will attack on side. On their panel to learn more. Ja gut, das jetzt vielleicht nicht, sondern eher die hier. Ja, das hatten wir schon, das hatten wir gerade gesehen. Das sind im Prinzip Armeen, die zu keinem gehören. Die sind einfach hier, wir sehen es hier, hier wurde irgendeine Stadt gegründet, irgendein Außenposten, die von irgendeiner Armee, das dem hier jetzt gehört, das gehört zu keinem. Wir sehen hier so ein bisschen, was die haben. Liberty, Tradition, die sind peaceful. Das heißt, die werden uns nicht selbst zuerst angreifen. Resource and Trades. Wenn ich mich richtig erinnere, waren die aber nicht von vornherein da. Das ist, glaube ich, so ein bisschen was wie so eine Mischung aus Stadtstaaten und Barbaren wie bei Ziff. Also wirklich schön und wenn ich das richtig verstehe, können wir, wenn die Ressourcen hätten, mit denen auch handeln. Wir sehen hier so ein bisschen auch ihre Einstellung. Daran sehen wir natürlich auch, wie sie drauf sind. Also schon echt gut gemacht. Okay, dann einmal in die Forschung geguckt. Ich würde gerne mal gucken, wo wir jetzt sind. So, wir sind ja hier. In der Ära sind wir noch nicht. Wir sollten tatsächlich mal diese Schiffe langsam erforschen, damit wir hier weitergehen können. Ich würde nämlich gerne dahin, damit wir die Quadrireme bauen können. Okay, dann schauen wir mal, was das ist. Zwei Idle Cities. Extra Construction. Ja, das wissen wir schon. Wir können natürlich auch ein bisschen filtern. Aber ich gucke mir gerne alles an. So, aber jetzt müssen wir erst mal schauen. Tussali. Hier gibt es Eisen. Das sollten wir auf jeden Fall abbauen. Da oben hin, bitte. Dann gibt es noch eine Idle City. Okay. Wir haben hier... Das möchte ich nicht abbauen. Wir sollten erst mal unsere Produktion... Das passt eigentlich. Das passt eigentlich. Wir sollten gucken, dass wir ein Vorbauen hier unten. Dahin. In vier Runden fertig. Ich würde sagen, wir kaufen das mal direkt. Land Units born. Land Units trained by the Select will appear here. Sehr schön. Das werden wir mal markieren. Und dann schauen wir mal, ob wir... Produktion ist da ganz gut. Nahrung. Ja, Nahrung ist nirgends richtig gut. Wie sieht es denn mit einem Hafen aus? Elf Runden. Bringt auch nicht wirklich viel, ne? Ah, hier... Was heißt nicht viel? Wow. 15. Na, durch die ganzen umliegenden Felder. Sehr cool. Wir sollten also erst mal hier in Produktion investieren. Und danach bauen wir da hinten einen Hafen. Und jetzt gucken wir uns mal diesen Außenposten hier an. Beziehungsweise dieses Vor. Wirklich schön. Das sieht schon ganz cool aus, ne? Hier sind die Berge zu Ende. Hier können sie im Prinzip eh nicht lang gehen. Das heißt, das ist eine natürliche Barriere. Hier ebenso. Sie müssen also durch unser Fonds durch. Und das hat natürlich auch eine entsprechende Stärke. Also da müssen sie erst mal... Da müssen sie erst mal durchkommen. Durch das Ding. Das heißt, wir stellen unsere Einheit da vorne hin. Sehr cool. Okay. Order Army to Complete. Und in einer Runde haben wir hier unsere Einheit. Die können wir dann hier reinpacken. Hier ist auch alles im Bau. Wie sieht es hier aus? Hier ist auch im Bau. Das passt. Hier haben wir den Harbor im Bau. Na, da haben wir gerade das Geld nicht für. Aber das haben wir in der nächsten Runde. Wir kriegen ja 200. Dann sollten wir ihn in der nächsten Runde... Wie sieht es hier aus? Eine Runde noch. Dann ist der Außenposten fertig. Iron Mine. Okay. Dann sollen wir hier auf jeden Fall in der nächsten Runde den Harbor kaufen. Eine Idle Army. Kommen wir da hin? Ne. Dann überspringen wir die Runde. Nächste Runde. Okay. Separa ist mehr Population gegraint. Also ein Populär. Sind Leute entstanden. Und Tosali wird nicht länger wachsen. Ja, da kümmern wir uns drum, wenn die Iron Mine fertig ist. Aber jetzt müssen wir erst mal... Müssen wir erst mal hier den Harbor kaufen. Und dann können wir dieses Public Fontaine einfach weiterbauen. Dann haben wir hier jetzt auf jeden Fall erst mal ein bisschen Nahrung. Dass die Stadt zumindest ein bisschen wachsen kann. So. Wir können hier auch einen Administrator hinschicken. Das gucken wir uns gleich an. Hier ist der Harbor fertig. Wie sieht es denn hier aus mit einer Mine für die Pferde? Okay. Ja, dann machen wir das. Und dann kriegen wir hier mehr Pferde. Mhm. Einmal in die Städte. Und... Okay, wir können jetzt hier ein Unassign. Ne, das machen wir nicht. Das lassen wir so. Eine Idle Army können wir hier mit einer Runde rüber. Ja, das schaffen wir. Aber ich habe das hier vorhin jetzt extra nicht gemacht. Denn ansonsten würden wir wieder hier in diesem Bereich landen. Und das fände ich doch doof. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir irgendwann mal... Ja, guck mal, da ist ein neues Land. Da müssen wir hin. Das machen wir. Nächste Runde. Nächste Runde. So, Trade Expedition Research. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt eine Transportgalerie bauen. Wunderbar. Ein anderer hat eine Detail gelockt. Also, eine Errungenschaft. Und Religion. Wow. Das breitet sich ja ganz schön aus hier. Das ist doch gut. Okay. Babylon hat nichts zu tun. Ja. Wir haben hier jetzt... Ja, wir wachsen immer noch mit 27. 25% pro Runde. Das ist eigentlich okay. Wir sollten echt mal was fürs Geld tun. Das könnten wir hier machen. Oder wir gucken, dass wir langsam mal in Richtung Infrastruktur investieren. Aquädukt Stabilität haben wir wirklich überhaupt keine Probleme mit. Was gibt es denn hier noch? Bibliothek. Ja, Wissenschaft sieht noch gut aus. Also, wir müssen hier vielleicht so einen Überblick, wie viel Wissenschaft wir noch produzieren. Wir könnten mal hier reingucken, ob wir das hier sehen. 127 pro Runde. Wie viel kostet so ein Ding? 900. Okay. Das ist ja noch im Rahmen aktuell. Da würde ich in den nächsten Runden vielleicht das investieren. Aber dann schauen wir erstmal, dass wir was anderes machen. Ich würde hier gerne mal in Richtung... Geld haben wir auch genug. Aber das kommt halt durch unseren Kompadris auch natürlich. 160. Boah. Wenn wir ihn irgendwann verlieren, müssen wir natürlich auch selbst was machen. Das könnten wir jetzt bauen beim Fischer. Watermill, Stonewalls, Barracks. Leaf Administration. 3 on Main Plaza. Das ist 8 Runden. Wow. Food Market. Wir haben noch kein Market Quarter. House of Scribes bringt 1. Science Per Researcher. Haben wir keinen. Dann bauen wir hier den hier. Plus 3 on Harbor. Zack. Okay. So. Eine Army ist im Idle Mode. Ja. Wir würden nämlich gerne nach da fahren. Da wollen wir noch einmal hin. In dieser Folge. Auf jeden Fall. Das wollen wir nochmal sehen. Vielleicht können wir da was sehen. Nächste Runde. Okay. Mehr Population. Das ist gut. Und bitte einmal nach. Nach da. Es sind noch zwei Runden. Nein, 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 nein. Nein, nein. Stopp. Verdammt. Jetzt sind wir aufs offene Meer gefahren. Ich hoffe, das schaffen wir in der nächsten Runde. Ja. Schaffen wir. Okay. Puh. Eine City. Okay. Die Stadt hat Probleme mit der Industrie 16. Food 23. Wie stark wächst die? 10% pro Runde. Industrie hatten wir hier gebaut. Wir könnten mal gucken, dass wir jetzt hier. Neun. Wow. Das finde ich ganz gut hier. Hier gibt es einen Fluss. Und hier hin bitte ein Nahrungsdistrikt. Pharmadistrikt. Ja. Sehr cool. Nächste Runde. Population Gain in Babylon. Acknowledged. Ja. Die Armee wird demnächst verloren sein. Deswegen müssen wir ganz dringend darüber. Und wir haben eine neue Insel oder ein neues Land entdeckt. Kontinent. Ich weiß es nicht. Und das sieht schon schick aus hier. Also die Karte ist wirklich, wirklich hübsch. Es ist da oben ein Fenster aufgegangen. Fate of the free cities. The world as it even was is divided into the rules and the rulers and the ruled. Great spreading empires and proud independent cities. Your struggle is with our empire, other empires. But you should not forget the part of these free cities can play. Ja. Das ist das, was ich euch gerade schon gesagt habe. Diese kleinen Städte. Und hier gibt es jetzt Independent People, New Civics Unlocked. Das gucken wir uns mal an. Ah, wir haben keine Civics Points. Wir könnten im Prinzip sagen, Modify Higher Army Cost bei 20% oder Modify Assimilation Cost. Ja, ist schwierig, was man macht. Ich würde wahrscheinlich in Armeekosten gehen, aber das können wir uns gerade eh nicht leisten. Okay. So, dann gehen wir mal zu unserer wunderschönen Hauptstadt und bleiben mal mit dem Bild. Dann würde ich mich in der siebten Folge von euch verabschieden mit diesem Bild von Humankind. Und rückblickend muss ich sagen, dieses Spiel läuft als kleines Fazit extrem stabil. Es funktioniert ziemlich gut. Ich persönlich als Alters-Ziff-Spieler muss mich an diese Mechanik mit den Gebieten erst gewöhnen. Es ist eine extrem coole Mechanik. Vielleicht kann man in Zukunft, ich weiß es nicht, die Gebiete durch irgendwelche Sachen verändern, die Grenzen verschieben. Das fände ich gut. Das wäre eine Sache, die ich mir wünschen würde. Ansonsten kann ich mich mit dem Spiel anfreuen. Es ist wirklich, wirklich toll. Der einzige Wermutstropfen ist wirklich diese Gebietsmechanik. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass man in Zukunft die Gebiete irgendwie verändern kann. Weil ich es doch dann irgendwann auch ein bisschen, irgendwann unrealistisch finde, wenn man das vielleicht nicht kann. Gerade eine moderne oder sowas. Das fände ich, das fände ich ganz cool. Ansonsten ist es ein echt tolles Spiel mit ganz, ganz tollen Mechaniken. Und gerade diese Mechanik mit den Fade-Points, dass man dadurch seinen Gewinn macht oder dass man dadurch gewinnt. Und dann eben die Stars, die sie hier oben sammeln muss, um in den Zeitaltern aufzusteigen. Und dann ja eine Zivilisation in dem Zeitalter mit speziellen Eigenschaften auswählt, um so sich zu verbessern. Dann gibt es die Civic-Points hier unten, die man durch bestimmte Eigenschaften, ihr habt es jetzt gesehen, zum Beispiel die Freistadt, die wir entdeckt haben. Da haben wir eine neue Civics, eine Möglichkeit gefunden, durch ein Civic-Point das zu verbessern. Civic-Points bekommen wir durch unsere Stabilität. Das ist so ein bisschen die Kultur im Spiel. Alles bisher sehr rund abgestimmt. Es gibt noch ein paar Schwächen in der KI, aber es ist ja auch nur Open Dev. Sie haben noch ein paar Monate Zeit in der Summe für mich persönlich tatsächlich schon ein ziemlich rundes Spiel, obwohl es eine Open Dev ist. Und es macht unheimlich viel Spaß, es zu spielen. Und ich finde es schade, dass ich es nur noch ein paar Tage spielen kann und danach noch ein paar Monate warten muss. Aber auch für euch, ich danke euch vielmals fürs Zugucken. Und ich hoffe, dieses Angespielt hat euch gefallen. Mir gefällt das wirklich gut, alleine schon wegen dieser wunderschönen Karte. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal, hoffentlich so schnell wie es geht mit Humankind. Macht's gut bis dahin, euer Strategiener. Ciao, ciao.